Mit unserer Arbeit schaffen wir jeden Tag Wärme und damit für unsere Kunden Orte zum Wohlfühlen. Wir sind die Firma Hass Gebäudetechnik aus Ramsdorf und sind in unserer Region Ostholstein Ansprechpartner in Sachen Heizungs- und Lüftungstechnik, Sanitär, Bädersanierung, Elektrotechnik und viel mehr. Als echter Familienbetrieb vor Ort fest verwurzelt, hat mein Vater den Betrieb vor über 35 Jahren begonnen aufzubauen. Genauso war mein Vater bis zuletzt mein bester Berater. Als absoluter Technik-Fan war es für mich dann 2008 das Größte, den Betrieb übernehmen und weiterführen zu dürfen. Firma Hass, das ist vor allen Dingen eine Art eigenständiger kleiner Kosmos. Eine Welt zwischen unseren Kunden und Mitarbeitern. Denn sie sind es beide, die gemeinsam mit unserer Familie, ihrem Engagement und ihrem Vertrauen unseren Handwerksbetrieb über die Jahre dahin gebracht haben, wo wir heute stehen. So schaffen wir jede Baustelle immer zusammen. Unser Team ist schon ein eingeschworener Haufen, auf den man sich jederzeit verlassen kann. Das sind alles richtige Macher und echte Profis ihres Faches. Wir freuen uns auch immer wieder über neue Gesichter. Und wer zu uns kommt, der bleibt auch gern. Und so macht es mich wirklich stolz, wie jeder Einzelne an unserer Firma hängt und sie mit seinem Talent ständig weiterentwickelt. Genauso ist es uns als regional verbundener Handwerksbetrieb auch einfach wichtig, dass junge Leute, die was lernen und bewegen wollen, bei uns einfach Chancen und Möglichkeiten finden sollen. Deshalb bilden wir in verschiedenen Berufen aus. Das ist einfach toll zu sehen, wie die Auszubildenden hier über die Zeit ankommen und wie wir sie für unser Handwerk begeistern können. Vom Lehrling bis zum Meister, wir wollen handwerklich immer die beste Arbeit abliefern, unsere Kunden ehrlich beraten und auch nach Einbau immer persönlich gewehrbar Fuß stehen. Denn in den allermeisten Fällen geht es in unserer Arbeit doch um die essentiellsten Dinge für den Kunden. Wärme, Wasser, genauso wie Strom oder ihre Toilette. Da kann es für uns doch nur heißen, dieser Verantwortung kompromisslos gerecht zu werden. Unsere Dauerbrenner sind die Heizungsmodernisierung, sprich die beste Lösung für ein modernes und umweltbewusstes Energiesystem in der Heizungstechnik zu finden. Dieses passende System dann bedarfsgerecht auszulegen und zu installieren, um schlussendlich über die Jahre einen störungsfreien Betrieb des neuen Systems zu gewährleisten. Des Weiteren erstreckt sich unser Angebot über Teil- oder Komplettsanierung wirklich wunderschöner Bilder. Man vertraut uns aber auch in Sachen Rohrbruch, Verstopfung, Lüftungs- oder Klimaanlagen. Seit einigen Jahren wächst unter unserem tollen Meister, Andreas Sturck, außerdem auch der Elektrobereich. Im Service sind wir gut, wenn wir vor Ort sind. So wollen wir stets unkompliziert für unsere Kunden da sein, wenn sie uns brauchen. Egal ob Notdienst, Reparatur oder Wartungsvertrag. Viele Kunden kennen wir schon sehr lange und es ist das schönste Zeugnis unserer Arbeit, dass sie sich auf uns verlassen mögen. In all unseren Wirken ist Nachhaltigkeit immer präsent. Und so ist jeder neue Bauplan für uns, immer eine Chance mitzuwirken, unsere Region grüner, effizienter und sparsamer werden zu lassen. Unsere Zukunft positiv zu verändern und Menschen glücklich zu machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017